Ich krieg ja auch kaum mehr Parkstrafen. Das hat sich ja eigentlich aufgehört bei mir, mit der neuen Parktechnik entwickelt. Das müssen Sie sich merken, es funktioniert tadellos, wenn Sie irgendwo in der Großstadt parken möchten, also ich mach es immer so, mir ist es wurscht. Halten und Parken verboten, Kurzparkzone, Ladezone, Behindertenparkplatz, Botschaftsviertel, wurscht, wo was frei ist, lass ich ihn fallen. Nur, wenn ich aussteig, lass ich die Zündung rennen und den Scheinwischer auf der schnellsten Stufe, damit es für den Parkscheriff ein bisschen spurtlicher wird.